Mensch, das hat jetzt aber grad schnell gespeichert. Emily bist noch da. Ja. Wir haben übrigens nur 58 Hartholz, also... Ach nee. Ja, dann müsst ihr Hartholz zusammengehen. Ah, ich hab ja heute das Herz-Event mit Sam und der Band. Und jetzt hab ich auch noch Marnie, die auch vor meiner Tür steht. Was ist das denn? So, hat meine Ehefrau wieder ihre tägliche Dosis Alkohol gekriecht. War noch wer? Ach nein, Gott sei Dank. Was will Marnie denn schön zu mir? Und mein Hut ist schon wieder weg. Ach, endlich mit diesem blöden Amaranth, ja? Ne Höhlenkorotter. Ne Höhlenkorotter, hast du das auch? Ja. Ich glaub wir müssten sogar noch welche haben, mein ich. Weiß ich nicht. Ähm, Gewächshaus. Ich meine eigentlich schon, dass wir noch welche haben. Hasenfote? Hasenfote. Nein, keine Hasenfote. Dass unsere Hasen so wenig Hasenfoten abschmeißen, ist los. Noch gar keins, oder? Ich glaub nicht. Ich frag mich zwar warum nicht, aber... Die wollen einfach nicht. Muss mich spurten. Ähm... Ihr müsst erst mal Harthold sammeln. Ja, nein. Nicht deswegen, weil ich um 16 Uhr bei der Busthattelstelle sein muss. Ihr müsst trotzdem erst Harthold sammeln. Sonst gibt's gar nicht... Es ist kein Hausausbau. Was? Ach so. Ich glaub das Bouquet kann ich ihm auch schon vorher schenken, ne? Ja. Ja. Wo war dein Herz-Event, glaub ich. Ja. Ich probier's einfach. Ja. 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 Du musst deinen Tomaten in seinem Mist nicht verkaufen, sondern in Toren, ne? Oder wie? Tomaten kannst du verkaufen. Und Peperoni in seinem Mist? Peperoni kommt rein. Äh, okay. Aber Tomaten weg? Okay. Tomaten weg. Nee, die Tomaten tust du bitte in meinen Kühlschrank, dann mach ich da Pizza draus irgendwann mal. Okay. Jetzt weißt du, wo mein ganzes Geld steckt. Ein endliches Kühlschrank. Ja, das klappt auch. Hä? Mein Inventar ist nicht voll. Wieso sagt mir das Ding? Das hab ich aber auch grade jetzt. Mein Inventar ist voll. Gut, dass du dir das alle angezeigt bekommst, wenn dein Inventar voll ist. Warts. Sie benutzen eine Mott. Irgendwas stimmt da nicht. Emily benutzt eine Mott. Übrigens, äh, Gewächshaus ist nicht nur abernten, sondern auch gießen hier, ne? Boah, ach so, ich dachte da sind überall die Sprengler. Nein. Nein. Ach, das wusste ich nicht. Boah, jetzt hab ich wieder noch ein Herz-Event hier. Was war das denn? Schrecklich. Ja, die Zeit bleibt halt nicht stehen, ne? Das ist immer so ein bisschen. Ich hab mal für dich gegossen. Danke. Was soll der Junge da lernen? Wenn du dem einfach ständig die Arbeit abnimmst. Dann haben wir aber keine Ernte, wenn der nicht gießt. Oh, Herz-Event. Ich glaub's nicht. Mit wem? Ach, mit Abigail, das blöde Spiel. Ach, viel Spaß, das dauert. Nein, ich überspring das. Kannst du nicht überspringen? Doch, natürlich. Unten rechts sind diese Pfeiltaste. Da kannst du damit einfach überspringen. Das Spiel kann man auch überspringen, krass. Ja, bevor du ins Spiel kommst. Ja, bevor du ins Spiel kommst. Hm. Ach, müsste ich weiter gucken wegen Höhlenkarotte. Müsst du Emily auch haben, ne? Request? Was? Request müsste Emily auch haben, oder? Wahrscheinlich. Mein Gott, Marcel ist mit Sam zusammen. Interessant. Ich sag da mal nicht zu, was ihr da macht. Das ist euer Ding, da halt ich mich raus. Interessant. Hat sich bei dir was geändert, Emily? Nein. Oh, what the fuck. Hast du überhaupt gesehen, was da unten links stand, Emily? Nein. Bei mir steht da unten links nichts. Jetzt im Ernst nicht? Nein. Bei drei Erfolge haben wir auch nichts. Ja, Marcel und Sam sind ja zusammen. Oh. Was? 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 Dann hat er wie die... Ah, jetzt steht es da. Jetzt steht es da. Die lange Leitung wieder. Ja. Er musste ja erst von H nach B getragen werden und C hat es mir dann erzählt. Erzählt. Mhm. Ich hab grad wieder Post bekommen, dass ich mich äh, also ich soll mich mit Sam treffen. Ach so, das... Wenn es dunkel ist vor seinem Haus. Genau, das letzte Herz Event mit ihm. Und dann knutschen wir. Ja, das wäre cool. Also ich wollte halt nicht nur wissen, ob das geht und scheinbar geht's. Okay. Dann Herz Event mit Marnie. Dann Herz Event mit Marnie. Ach so, wenn die Höhlenkrautte mitbringen vom direkten Herz Event. Ja. Interessant. Jetzt ist es nicht das einzige Mal, dass dann wirklich so ein Film abgespielt wird, dass du... Oh, danke dafür, deine Mutter und so. Deine Mutter. Danke dafür, deine Mutter und so. Danke auch der Emily. Wow. Wow. Oh, ich krieg ja, krieg ja für dich mal Geld? Ja, leck mich doch. Nee, aber dafür bekommst du halt ein Herz Event. Ja, das ist... Ich hab noch ein Herz Event. Bewege mir jetzt auch mit Sam. Was ist da los? Ja, ich hab wie gesagt auch mehrere gehabt, also... Was ist da los in der Hood? Slug-Arm hier Event. Slug-Arm. Slug-Arm Event. Slug-Arm Event. Slug-Arm Event. Ich hab das morgen zufälligerweise hier in diesem Spiel. Du kannst den Regentotem machen. Ja, ich nicht, aber du. Ach, fängst du wieder an. Ach nee. Dann musst du die Materielle zu ein... ... und dann würde sich ein Sturm nähern. Rechnet mit Blitz und Donner. Morgen regnet's. Sehr schön, kriegen wieder Batterien. Ja. Und vor allem kann ich mir dann so ein Amulett kaufen, was ich dann Sebastian geben kann. Ich find's schön, dass Sam sagt ganz genau, wenn's einen Ort... ... äh, wenn's einen Ort im Park gäbe, mhm. Wenn's einen Park im Ort gäbe, könnte ich dort rumfahren. Jeder wäre glücklich. Hammer, was ist denn das vorm Gemeindehaus? Ist das kein Park? Nein, das ist nur ne Wiese. Pfff. Park. Da muss ein... ... ähm... ... ein Springbrunnen sein. Und ein Spielplatz. Und ne Bank. Ja, ne Springbrunnen kann ja auch rumsliden. Ja. Ach so, äh... ... zum Sliden braucht der, ähm... ... den Blumentopf von Emily. ... Blacke Steine. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Ach, das Spiel lädt mal wieder nicht. 10 Stunden später. Ein Ort im Park zum Fahren. Ja, danke, Yasmin, dass du das nochmal wiederholst. Was? Sag mal bitte irgendwas, weil langsam wird das wahnsinnig. Ja, danke. Was? Was? Ja, weil der nicht sagt, capturiert mich ständig beide. Und geht mir ein bisschen auf den Sack hier. Was machst du da hinter mir eigentlich? Ach, Herz-Event. Mich durchklicken. Kannst ja... ... skippen. Ja, aber dann höre ich das Lied nicht. Mit den Funky-Synthesizern von, ähm... ... Sebastian. Funky, groovy, funky, groovy. Beim schönen Sam... Ach so, jetzt spielt er. Dacht schon. Mensch, ich will den ganzen Mülltonen durchsuchen, finde ich, kommen die Leute ran. Das erste Mal, als ich dieses Herz-Event hatte mit der Band, kam einfach überhaupt gar keine Musik. Auch nicht schlecht. Und Emily war am Dansen. Ja, Emily war am Dansen. Alle anderen waren am Dansen und ich war so... ...cool. Cool. Cool. Ich hab einen Fiddlehead-Fern. Haben wir schon. Ich find' viel schöner, dass, ähm, Linus sich die Mülltonne einfach nur anguckt. Der sucht Essen. Bin gar nicht hier, beachtet mich überhaupt nicht. Emily, wow, dieser elektronische Sound ist echt super. Guck mal, Lea ist auch sogar dabei. Gute Arbeit, Leute. Nix ist leer dabei. Boah. Die liegt besoffen im Bett. Ja, stimmt. Safe. Ich find' auch schön, wie Marcels Pferd, der steht ohne Hut. Ja, das hab' ich doch schon gesagt vorhin, mein Hut ist schon wieder weg. Das ist auf jeden Fall gefixt, gar kein Problem. Was? Alles gefixt, gar kein Problem. Ja, das ist das, wenn du mit denen irgendwie zu den Veranstaltungen reitest, dann passiert das, glaub' ich immer. Kann sein, deswegen reite ich mit denen auch nicht zur Veranstaltung. Kann, äh, wo steht mein Pferd? Ne, da steht's. Kann mir jemand einen Hut geben, irgendeinen coolen? Äh, ob wir dir jetzt einen coolen Hut geben können, weiß ich nicht. Kann man das auf jeden Fall einen Hut haben? Ich mach schon. Moment, erst den Hut zeigen, bevor du dem meinen Hut hier aufsetzt. Mein Hut hier aufsetzt? Nein, mein Pferd einen Hut aufsetzt. Welchen Hut? Mein Pferd hat einen Hut mit drei Ecken. Steck mal ab. Nein. Steck mal ab. Der Hut von meinem Pferd. Was hast du für'n Hut? Und hätt' mein Pferd nicht einen Hut mit drei Ecken? Welchen Hut hast du da? Welchen Hut? Und wer ist nicht mein Pferd? Mach dich wahnsinnig, hier zwei. Hasenpfote? Äh, was? Hasenpfote? Naja, okay, erst in Ordnung. Wie ging das nochmal? Rechte Maustaste aufs Pferd mit dem Hut. Du musst den Hut, ja. Geht nicht. Dann gib mir den Hut. Vielleicht geht das nicht bei anderen Pferden, sondern nur bei seinem eigenen Buch. Ah, warte. Ja, sehr gut. Mein Pferd, das hat drei Hüte, drei Hüte hat mein Pferd. Ich konnte seinem Pferd leider die Hühnermaske nicht aufziehen. Ach, Manu. Jedenfalls hatte ich mein Pferd, das steht dir. Suits you. Hübsch. Ja, man sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Psychokiller, aber ist okay. Vor allen Dingen mit auch noch der Hühnermaske, ne. Es gibt ja auch die, ähm, Skelettenmaske. Ja, das ist ja mehr so Halloween, aber... Ob die Hühnermaske jetzt besser ist, weiß ich jetzt auch nicht. So unbedingt. Stille. Ja. Geht halt, ne. Also es ist beides nicht so das Wahre. Hä? 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 Oh, der hat... Die singt immer noch. Hä? Die ganzen Hühner. Was ist mit der Hühner? Ja, die schlafen alle im Weg. Warum bist du doch im Müderstall? Mein Inventar ist voll. Und wieder. Diesmal wurde es mir aber nicht angezeigt. Und wieder auch nicht. Wo bist du? Äh... Im Stall. Mal rein. Bitte. Alter. Wie lange streamen wir? Die zwei Stunden sind doch nicht voll, ne. Hat schon keinen Bock mehr. Ja. Hast du dein Ernst? Hast du doch schon keinen Bock mehr? Nein, aber die magischen zwei Stunden halt. Die magischen zwei Stunden. Haben wir nicht. Wir haben erst 1 Stunde 40. Ey, mein Hut ist doch da. Ja, mein... Was redet du von deinem Hut? Du bist doch... Du bist doch... Du bist doch abgestiegen, ähm... vor dem Fest und ich bin mit zum Fest. Ey, mein Hut ist doch da. Warum lacht sie jetzt so? Okay. Ich hab ja die Hühnemaske auf und dann stand ich in Amitys Tür und hab die ganze Zeit mit der Axt geschlagen. Ach so. Okay. Was sei denn der Hühnermörder? Hühnermöden? Und dann... Deswegen ging sie so ab, ich verstehe. Ja, wie gesagt, man sieht so aus wie so'n Psychomörder und dann... Mit einer Hühnermask ist so geil. Weil sie so geil ist. frightened, mich sehen, bei mir zu lassen. Die Hühne geht, wenn er sich in Schwanz ist. Ich hab das mal- und nicht so laut. Ich hab das so verstanden. Oh, was war das. Es ist so geil. Und dann habe ich die Hühne. Vielen Dank.